Jetzt sind wir wieder da und bleiben bei Sandra Gugitsch, die ich jetzt gar nicht mehr vorstellen brauche, denn ihr habt sie alle auf dem Künstlerpanel eben erlebt. Gleich danach macht ja auch Tees noch ein wenig Musik für uns, da freuen wir uns auch drauf. Aber zunächst einmal, Sandra, sehr schön, dass du jetzt aus deinem Roman Zorn und Stille, den du ja im letzten Jahr veröffentlicht hast, uns noch eine Darbietung bringst. Ich weiß ja auch, dass Corona-bedingt natürlich viele Lesungstermine jetzt gar nicht haben stattfinden können. Umso besser, dass wir das hier jetzt heute nachholen können. Auch dein Verlag ist ja hier in Hamburg und du hattest noch gar keine Lesung in Hamburg, auch wenn wir natürlich Leute aus anderen Städten auch zu Gast haben heute. Wir sind nun mal in Hamburg. Wir freuen uns, dass du da bist und wir sprechen danach dann auch noch etwas über dein Buch. Bitte. Dankeschön. Der Roman wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Ich fange mal am Anfang an mit der wichtigsten Perspektive der Protagonistin Billie und werde dann noch zwei kleine Auszüge von anderen, aus zwei anderen Perspektiven erzählen. Billie ist die Tochter der Familie. Und es beginnt im Jahr, ich muss selber kurz nachschauen, 2016. Ich hasste die Routine des Reisens, den Maschinenpark der Flughäfen, den Geräuschteppich in den Hallen, die Verbissenheit der Gehetzten. Ich hasste den Urlaubsfluggast-Enthusiasmus ebenso wie die Vielflieger-Business-Arroganz. Jedes Mal beim Betreten eines Flughafens gingen mir die gleichen Zeilen durch den Kopf. In der Einsamkeit der Flughäfen atme ich auf. Ich bin ein Privilegierter. Mein Ekel ist mein Privileg. Ein gekipptes Mantra aus dem Zitatwald meines Hirns. Die Zuverlässigkeit dieser Erinnerung glich dem Automatismus der sichtbaren und unsichtbaren Abläufe, dem Rhythmus der Gepäckbänder, der Lautlosigkeit der gläsernen Schiebetüren, dem unermüdlichen Öffnen und Schließen der Ein- und Ausgänge. Vor dem Flughafengebäude zählte ich das erste Bild des Tages, das ich nicht fotografierte. An der Bushaltestelle eine Frau um die 60, blondiert und toupiert. Zu ihren Füßen zwei Reisetaschen, an den Henkeln flatterten pinkfarbene Geschenkbänder. Die Augen geschlossen, auf dem Gesicht Sonne und scheinbar pures Glück. Ich hasste das Reisen und konnte dennoch nie lange an einem Ort bleiben. Heute war mir, als bewegte ich mich, an der Oberfläche einer dünn gewordenen Außenhaut der Dinge. Sie schien sich unter meinem Gewicht der Last meiner Gedanken weiter zu spannen, bis kurz vor dem Zerreißen. Oder machte ich mir etwas vor, weil ich etwas fühlen wollte, war da gar nichts, setzte ich meine Schritte in einem Vakuum. Ich musste an den Trick mit der Muschel denken, die uns gegen das eigene Ohr gedrückt Meeresrauschen hören lässt. Dabei ist es nicht einmal das Rauschen unseres eigenen Blutes. Was wir hören, sind die Frequenzen unserer unmittelbaren Umgebung. Die haben uns reingelegt als Kinder schon. Der Pass, den ich über das Pult schob, war mein guter Pass, mein A-Land-Pass. Damit war ich überall willkommen, weitgehend visafrei und wenn nicht, stellte auch das kein Problem dar. Dabei hätte ich diesmal den anderen nehmen können, meinen serbischen Pass. Aus einem diffusen Schuldbewusstsein heraus konnte ich den unnützen Pass nicht seinem Ablaufdatum überlassen, hatte ich ihn trotzdem jedes Mal wieder verlängern lassen. Ich musste an den Konsulatsbeamten denken, der mich auf mein Zögern, eine seiner Fragen zu beantworten, mein Zögern, dass nichts weiter war als ein Suchen, ein Tasten nach den richtigen Worten in dieser Sprache, weil ich die Sätze zuerst auf Deutsch dachte, nicht anders denken konnte, der mich gefragt hatte, verstehen sie nicht oder wollen sie nicht verstehen. An einem Herbsttag im Holzvertefelten Erdgeschoss der serbischen Botschaft im Grunewald, an den Wänden vergilbte Poster der Tourismuswerbung, die sich an den Ecken widerspenstig aufrollten. Ein Plakat zeigte den Ritani. Eine Gebirgskette aus Kalkstein, Schiefer, Sandstein und Dolomit, umgeben von Tannen, Wuchen und Wiesen. Der höchste Punkt des Massivs hatte die Form einer dreiseitigen Pyramide. Ich war nie da gewesen, aber mein Vater hatte mir davon erzählt. Sein Ritani, hatte er gesagt. Dort war er gewandert als junger Mann. Diese Wanderungen waren seine ersten Reisebewegungen gewesen. Mein alter Pass lag auf dem Schreibtisch des Konsulatsbeamten und während er seiner Kollegin im Nebenzimmer zurief, dass hier vor ihm eine von uns säße, fiel mir das erste Mal auf, dass auf dem Deckel meines blauen, 2005 ausgestellten, 2015 abgelaufenen Passes in kyrillischer Schrift, Savesna Republika Jugoslavia, Bundesrepublik Jugoslawien, Stand. Dabei war die Bundesrepublik Jugoslawien 2003 in die Staatenunion Serbien-Montenegro umgewandelt worden. Drei Jahre später löste sich die Staatenunion auf. Montenegro wurde unabhängig. Hatten die Mitarbeiter der serbischen Botschaft damals die Überreste des untergegangenen Landes im Passlager kreativ verwertet. So beginnt der Roman und Willi macht sich auf die Reise zum Begräbnis ihres Vaters. Und bevor ich einen kleinen Auszug von ihm erzähle, werde ich noch ein kleines Stück lesen, das die Mutter erzählt, aus der Perspektive der Mutter erzählt wird. Und zwar spielt das in den 70er Jahren und die Mutter. Und die Mutter lernt Deutsch sprechen in einer Wirtshausküche. Und das Wichtige sind eben auch die Sprünge, die ich in den Zeiten mache, in diesem Text. Also wir befinden uns in den 70er Jahren. Ihre Tage verbrachte Azra damit, im Dampf der Wirtshausküche neue Gerichte und Fertigkeiten zu lernen und sich diese sperrige Sprache Stück für Stück anzueignen, im Zuhören, im Wiederholen und Nachsprechen, sich daran abzuarbeiten, an den Umlauten, die ihre Lippen nicht formen wollten, an Geschlecht, Zeit, Artikeln und unzähligen Regeln zu scheitern. Es gab keine Kurse, die sie besuchen, wo sie in Ruhe hätte lernen können, nur den Alltag, in dem sie bestehen und sich irgendwie verständigen musste. Im Wirtshaus bekam Azra einen neuen Namen. Sie wusste nicht mehr, wer damit angefangen hatte, aber schon bald nannten alle in der Belegschaft sie Anna. Die Bezeichnungen und Namen waren Spiegel, die ihr entgegengehalten wurden. Azra war stumm wie ein Tier, das andere Tiere nachahmte, in Gesten, lauten Verhaltensweisen. In ihrer Sprachlosigkeit wurde sie eine andere, unsicher, zurückhaltend, stiller. Sie passte nach und nach auch ihre Kleidung an, die Farben wurden gedeckter, die Rockklängen züchtiger, sie wollte nicht auffallen. Ihr langes Haar schnitt sie ab, allein vor dem Spiegel. Sie setzte die Schere entlang der Linie des Schlüsselbeins an, rutschte ab, stach sich mit der Spitze der Schere tief in das Fleisch der linken Schulter, wovon ihr eine Narbe bleiben sollte. Das Gewicht ihrer hüftlangen Haare nicht mehr tragen zu müssen, tat gut, aber noch hatte sie nicht genug Ballast abgeworfen. Ein paar Tage darauf kappte sie ihren Zopf im Nacken und was danach noch übrig war, ließ sie von einer Bekannten, die sich als Hobbyfriseurin etwas dazu verdiente, so lange zurechtstutzen, bis sie einen dieser praktischen Kurzhaarschnitte trug. Ein bisschen wie Lady Diana, nur in Dunkel, hatte die Frau nach getaner Arbeit zufrieden gesagt, während Azra suchend über ihren Nacken tastete. In der Küche musste alles zügig gehen, der Ton war rau, die Handgriffe mussten sitzen, einmal gemachte Fehler sollten sich besser nicht wiederholen. Hungrige Gäste warten nicht gerne. Azra ging ihrer täglichen Arbeit dem Kochen wie der Sprache mit einem wütenden Ehrgeiz nach, wiederholte, was ihr missglückte, bis sie es zuordnen konnte. Sie lernte langsam, aber was sie einmal verstanden hatte, das saß auch, meinte der Küchenchef. Am längsten brauchte sie, um zu lernen, wie man Samar zubereitete. Es war aufwendig, die Füllung der Samar vorzubereiten und die Rouladen zu wickeln. Es gab sie nur zu besonderen Anlässen, zu Geburtstagen, an Weihnachten oder wenn Azra in besonders guter Stimmung war. Der Familientisch war immer schon der lebendigste Ort in ihrer Wohnung gewesen beim gemeinsamen Essen, hatten sie gelacht, gefeiert und bis aufs Blut gestritten. Jetzt war nur noch sie und Sima übrig. Azra glitt mit den Fingerspitzen über die nackte Tischplatte, die Rillen im Holz, die senkrechten Kerben an der Seite, die Jonas Neven heimlich mit seinem Taschenmesser hineingeritzt hatte. Und von hier springe ich zu Sima, der eben erwähnt wurde. Das ist der Vater und ich springe damit auch ins Jahr 1999. Wie geht es Ihnen heute? Martha Kalik begrüßte ihn mit dem gleichen Tonfall, mit dem sie ihre Patienten empfing dabei, war er, ihr Gärtner. Jede Woche um die gleiche Zeit kam er, um den Rasen zu pflegen, die Blumenbeete im Vorgarten, die akkurate Form der Hecken zu fassonieren, das Unkraut zu entfernen. Jede Woche um die gleiche Zeit kam er, um zu reden und manchmal nur, um zu schweigen. Martha Kalik hatte ihn zum Reden gebracht mit ihrem ruhigen, festen Blick. Setzen Sie sich doch einen Moment. Keine seiner anderen Kundinnen siezte ihn, wenn er nach Feierabend vorbeikam in seinem blauen Overall, um sich sein Gehalt aufzubessern. Er kam auf Empfehlung. Seine Kunden gaben seinen Namen ihren Nachbarn weiter. Gleichzeitig wachten alle eifersüchtig über seine Zeit, gaben ihm Spitznamen oder österreichische Vornamen, die sie sich besser merken konnten. Sie klopften ihm auf die Schulter, drückten ihm ein Bier in die Hand, versorgten ihn mit Kuchen und Kaffee, packten ihm ihr selbst angebautes Obst und Gemüse ein, auch wenn er nichts davon wollte. Nicht selten musste er sie daran erinnern, ihn auch zu bezahlen. Martha Kalik fragte ihn nach den Nachrichtenmeldungen über den Einsatz der NATO, nach den Bombardierungen, ob seine Schwester in Beograd zurechtkomme, ob er wisse, was dort wirklich vor sich gehe, was die Menschen vor Ort erzählen würden. Und sie sagte Beograd, nicht Belgrad. Sie fragte ihn, ob er Angst habe. Martha Kalik konnte seine Stimmungen lesen, seine Tagesverfassung, auch wenn er keine Mine verzog. Es war Anfang Mai. In den Gärten der Wiener Vorstadt war viel zu tun, die jährliche Bestandsaufnahme nach dem Winter. Bäume mussten zurückgeschnitten werden, Böden gelockert und umgegraben, Rasenflächen vertikotiert, gedüngt, die Kälteschäden wurden gesichtet, gefrorene Pflanzen ausgegraben und neu gesetzt, während seit Frühlingsbeginn gegen Serbien die Operation Allied Force lief. Im April war die Innenstadt von Beograd angegriffen und das Innenministerium zerstört worden. Am 1. Mai war ein Reisebus voller Zivilisten in die Schusslinie der Allianz geraten und von einer Rakete getroffen worden. Ein paar Tage darauf hatte die NATO mit Bomben große Teile der Stromversorgung in Jugoslawien lahmgelegt. Darüber sprach Sima mit Martha Kalik genauso wie über die Gartenarbeit. Darüber, dass in einem Liter Boden unzählige Mikroorganismen leben, die wichtige Umsetzungsprozesse einleiten, die an bestimmte Bedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit in den unterschiedlichen Bodenschichten gebunden sind. Dass man das Umgraben der Böden vorsichtig angehen müsse, weil dadurch die Strukturen durcheinander geraten und die Mikroorganismen absterben, durch das Umgraben Unkrautsamen an die Oberfläche gelangen und zu Keimen anfangen könnten. Oft fehlten ihm die passenden Worte. Im Deutschen, obwohl er auf der Arbeit die Handbücher und Broschüren studiert hatte, um sich das wichtigste Gartenvokabular anzueignen. Aber Martha Kalik schien ihn zu verstehen. Die Zeitungen schrieben, Milosevic habe die Intervention in Kauf genommen und deren Konsequenzen zu verantworten. Letztlich habe er die Vermittlungsversuche und Friedenspläne zerschlagen und sich geweigert, die Bedingungen zu erfüllen, die Stationierung von NATO-Truppen auf serbischem Territorium zurückgewiesen. Sie waren spät dran, mit dem Baumschnitt in diesem Frühjahr. Martha Kalik liebte ihren Garten. Sie hatte ihn gebeten, die Äste nicht zu stark zu kürzen. Sima wusste, dass es ein großer Fehler wäre, die Obstbäume nicht zu schneiden, aber er versprach, erst die Wundheilung der Schnitte vom Herbst zu prüfen, auch wenn er sicher war, dass alles gut verheilt sein würde. Bilja hatte schon vor Jahren gesagt, dass Milosevic ein gefährlicher Mann sei, ihn als Nazi bezeichnet, genauso wie die internationalen Medien jetzt die Verbrechen im Kosovo mit Hitlers Vernichtungspolitik gleichsetzten. Sima war sich lange Zeit sicher gewesen, dass Milosevic auf der richtigen Seite der Geschichte stand, dass er es war, der Jugoslawien zusammenhalten wollte, aber jetzt fragte er sich, um welchen Preis. Er wusste, der Charakter der Bäume musste gewürdigt werden. Wenn man die zu stark einkürzte, reagierten sie mit Wassertrieben. Der Schnitt musste über dem Astring sein, der verdickten Stelle am Ansatz. Der Schnitt musste gerade sein, damit die Wunde ordentlich heilen konnte. Marta Kaliks Fragen konnte Sima nicht beantworten. Er wusste nicht mehr, was er denken sollte, was er fühlte, ein dumpfer Schmerz, den er nicht in Worte fassen konnte. Es war gleich, in welcher Sprache. Sandra, vielen Dank für diesen kurzen Eindruck aus deinem Roman. Insofern spreche ich auch mal die Empfehlung in die Kamera. Ich habe das Buch ja gelesen und ich habe mich immer sehr interessiert für den Jugoslawienkrieg oder besser gesagt die Jugoslawienkriege und war auch in vielen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, in Serbien, im Kosovo, in Bosnien und so weiter. Ich kenne auch Beograd gut und ich finde es sehr interessant, wie du diese Familiengeschichte zum Anlass nimmst, auch diese Teile zu beleuchten, wie sich auch, das ist ja auch eine, letztendlich auch eine Identitätsgeschichte. Es geht ja um das Verhältnis von Heimat zur eigenen Identität. Die Hauptfigur hatte sich ja eigentlich von ihrer Familie entfernt, kann man sagen, und durch ein bestimmtes Ereignis kommt es dann eigentlich zur Auseinandersetzung mit der eigenen Familie und der eigenen Geschichte und eigentlich auch mit der Herkunft. Und deswegen eigentlich meine Frage zum Schreibanlass des Buches. Was war für dich sozusagen die Initialzündung, dir dieses Thema auszusuchen? Also einerseits gibt es so eine autobiografische Geschichte, die da halt mit reinspielt. Also ich habe einen ex-jugoslawischen oder eben serbischen Background und ich wollte eigentlich dieses Buch von Anfang an schreiben, als ich zu schreiben begonnen habe, aber ich habe mich eben dafür nicht reif gefühlt und hatte auch, ich habe auch gemerkt, dass ich mir einfach diese ganzen Sachen erarbeiten muss, dass viel Recherchearbeit da drin liegt, bevor ich das in eine Geschichte geben kann, damit es auch eine Geschichte wird, die einerseits eben wollte ich Fakten erzählen, aber auch das in ein literarisches Setting einbetten und auch eben keine autobiografische Geschichte erzählen. Das war mir nicht interessant. Genau. Und das hat eben eine Zeit gebraucht, dass ich mir das erarbeiten konnte. Und ich glaube, dass dieser Zerfall einerseits, also parallel der Familie und auch eben dieser, dieses Landes oder dieser Länderkonstruktion darüber hinaus sehr viel erzählt, was eben Identität, Gemeinschaft bedeuten kann. Wir sind ja nun auch bei einem Europa-Camp und deswegen bist du ja auch nicht durch Zufall eingeladen. Das Buch gibt ja viele Anknüpfungspunkte an die Ereignisse der, sagen wir mal, wie sich auch Europa in den letzten, man kann sagen 20, 30 Jahren verändert hat. Europa hatte Frieden. Wir hatten das ja auch in der in der vorigen Session, also in den zwei davor, wenn es um das Friedensprojekt Europa geht. Wir haben eine Europäische Union, die in Frieden lebt und hatten dann einen Krieg direkt vor der Haustür Europas, der viele Schicksale beeinflusst hat. Wir hatten sehr, sehr viele Flüchtige aus Jugoslawien und viele sind eben in Deutschland oder in Österreich ja auch geblieben und dadurch hat sich ja auch, haben sich ja viele Probleme ergeben. Die Heimat war dann plötzlich fern und man fand sich in einem in einem ganz anderen Land wieder. Kinder wurden dann in diesen Ländern geboren und nicht in der ehemaligen Heimat und das thematisieren ja auch viele andere Schriftsteller, also insbesondere ja der in Hamburg lebende Sascha Stanisic, der ja aus ursprünglich aus Bosnien kommt. Ich frage mich dann natürlich, wie wichtig ist auch für dich selber dieser Bezug zur eigenen Herkunft der Familie, welche Identitätsfragen stellst du dir da eigentlich selber, wer bin ich, wo komme ich her oder siehst du dich hauptsächlich als eine Europäerin, um es mal so zu formulieren? Ja, die Frage der Zugehörigkeit ist eine Frage, die mich schon beschäftigt. Ich sehe mich dort zu Hause, wo Menschen sind, die mir wichtig sind. Also ich sehe mich nicht wirklich mit einem bestimmten Ort verknüpft, sondern eben immer mit den Menschen und das kann man eigentlich immer mitnehmen. Insofern würde ich mich selber so eine Art, ich sehe mich als fluide Identität, weil ich nehme von überall was mit. Also ich habe, natürlich hat mich das geprägt, meine Herkunft von meinen Eltern her, dann die Herkunft, wo ich aufgewachsen bin und aber auch alles danach, die Menschen, die mir begegnet sind, Reisebewegungen, das alles spielt da mit rein. Und wo mein Buch eben ansetzt, ist ja quasi bei der sogenannten Wirtschaftsmigration. Es ist in den 70er Jahren und der Krieg kommt erst dann später in diese, bricht in die Familie ein, die so in der schönen, mehr oder weniger schönen Sicherheit sitzt. Und was macht das mit diesen Menschen, also dieses Geschehen in Abwesenheit? Und wie erzählt sich dann die Geschichte weiter? Also da sind ja verschiedene Brüche gesetzt, dann eben auch parallel einerseits die Aufbruchstimmung, Wende ist parallel mit dem Aufstieg von Milosevic eigentlich dann so passiert. Und genau, das sind alles so, was mich halt daran interessiert hat. Und ja, selber, ich glaube, ich bin ein bewegliches Individuum. Ja, das ist vielleicht auch der Kniff der Erzählung, dass es eben kein Roman über die Jugoslawienkriege ist, sondern im Zentrum eben eine Familiengeschichte, eine Migrationsgeschichte steht. Und ich finde das auch sehr interessant mit den unterschiedlichen Zeitebenen. Also gerade jetzt die Episoden in den 70er Jahren, wie ist eigentlich das Ankommen in einem anderen Land und wie findet man sich da zurecht? Du hast gesagt, es gibt natürlich autobiografische Anteile. Das liegt auf der Hand. Nun ist es ja kein autobiografischer Roman im eigentlichen Sinne. Du erzählst ja eine fiktive Geschichte. Aber dennoch wird das natürlich immer gerne gefragt und vielleicht ungern genommen. Aber ich frage es trotzdem, wie viel ist denn wirklich da von dir selber und deiner Persönlichkeit in dem Roman drin? Da drin sind auf jeden Fall. Also ich konnte natürlich aus den Erfahrungswerten schöpfen, dass ich mit Menschen sprechen konnte aus diesem Kontext, mit meiner eigenen Familie, mit Menschen, wo ich weiß, dass sie Migrationserfahrungen hatten aus verschiedenen Gründen. Und warum mich das interessiert überhaupt? Also ich glaube, ich hätte diese Geschichte jetzt nicht geschrieben, wenn ich jetzt keinen ex-ygoslawischen slash serbischen Background hätte, weil ich würde mir dann wahrscheinlich andere Fragen stellen. Und ich glaube, das ist ja immer die Fragen, die AutorInnen mitbringen, so in die Welt. Und was macht man dann damit? Und ich habe halt, die Fragen haben mich beschäftigt. Gleichzeitig aber auch das, was gerade passiert mit eben mit der sogenannten Krise, die kam, weil auf einmal ganz viele Geflüchtete kamen 2016, obwohl das eigentlich schon ganz lange passiert ist. Und dann wurde es auf einmal als große Krise und Strom und so bezeichnet. Und was das alles mit den Menschen macht, wo wir dann auch schon wieder bei der Sprache sind. Wie wird Sprache verwendet? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wie sich Migration auch seit den 70er Jahren verändert hat. Wir haben ja insbesondere natürlich auch in Deutschland viele Gesetzesänderungen gehabt zur Asylpolitik. Wir haben ja auch gemeinsam dem Hamburger Abendblatt ein Interview gegeben, wo wir über die Themen des Europacamps gesprochen haben. Und ich glaube, was man immer mal wieder zum Thema machen muss, ist, wie ist eigentlich der Stand der momentanen EU-Migrationspolitik? Und ist vielleicht jetzt auch natürlich durch die Corona-Pandemie dieses Thema zu sehr in den Hintergrund getreten? Es ist komplett im Hintergrund. Es wird komplett vernachlässigt. Es passiert eigentlich in dem Sinne keine Migration. Ich meine, es wurde so ein Abkommen, dass da so minimal Menschen noch herkommen dürfen in einer Größenordnung, die lächerlich ist im Vergleich zu den Menschen, die da eben festsitzen. Und wo eigentlich auch die Verantwortung bei so einem privilegierten Land wie eben Deutschland oder auch Österreich etc. liegen würde, mehr Menschen aufzunehmen. Was wäre denn für dich, sagen wir mal, eine Forderung an die europäische Migrationspolitik? Ja, dass wir diese Verantwortung tragen müssen. Dass wir auch nicht, dass wir auch, dass es auch ein Grund bei uns liegt, warum diese Migrationsbewegungen überhaupt stattfinden. Woher haben wir unsere Privilegien? Warum geht es uns so gut? Und dass wir uns davon nicht freimachen können. Da wir fast am Ende sind. Und ich glaube, Thes sitzt doch auch hier irgendwo. Der hat mal gesungen, du kriegst die Leute aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Leuten. Wie wichtig ist dir Heimat? Also für mich ist es eben wirklich ein schwieriger Begriff. Für mich ist es, mich prägen halt irgendwie Menschen eher, als ich sagen würde, dass mich Orte prägen. Ich habe jetzt, ich habe keinerlei romantische Gefühle, keinerlei romantische Gefühle, die auf ein Land, oder Sehnsuchtsgefühle, die auf ein Land bezogen sind. Und ich bin da irgendwie vielleicht, ich würde sagen, wenn dann ein positives Alien, weil ich mir denke, ja, es sind andere Dinge viel wichtiger als Länder oder Herkünfte. Sandra, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und empfehle nochmal Zorn und Stille. Ein wirklich ganz, ganz tolles Buch. Danke dir, Sandra.